Willkommen zurück zu Let's Play Prey. Im letzten Video hat sich ja einiges aufgeklärt. Wir helfen nun den Verborgenen. Wir müssen den Wächter besiegen. Und das machen wir doch im nächsten Level. Versteckter Plan. Hm, was könnte das jetzt wieder bedeuten? Erfahren wir etwa noch mehr? Fest steht, dass die Verborgenen auch nur Menschen sind, die vor Jahrhunderten oder irgendwann... ...die irgendwann auf die Sphäre gebracht wurden. Geerntet, wie sie es so schön formuliert hat. Oh Gott, was ist das da draußen? Talon! Labor Sektor 1b. Oh mein Gott! Verdammt, ein Verborgener! Okay. Ich muss diese Dinger irgendwie ausschalten. So. Was machen die bloß mit euch? Das ist ja alles schrecklich. Was steht hier? Ebene 4 Forschung. Hey! Da war der Wächter. Das kann doch nicht sein. Er war... Er war hier. Dann wissen wir nun auch, zu wem diese Stimme gehört. Zum Wächter. Das hätte ich mir ja gleich denken können. Hey, eine neue Waffe. Die Waffe ist richtig geil, will ich euch nochmal sagen. Okay. Ich glaube, das mache ich nicht nochmal. Ich bin vorgewarnt. Das ist... Ja, zwei Waffen kriegen wir noch. Ähm... Ich zerstöre euch am besten schon vorher. Geht das nicht? Wieso geht das nicht? Okay. Nein! Ich habe den Alarm ausgelöst! Oh ja, das haut rein. Eine Säure-Waffe. Bam! Erinnert mich irgendwie an eine Shotgun. Wenn man richtig trifft, haut die alles weg. Sehr effektiv. Los, Talon! In der face! Du siehst irgendwie angepinkelt aus. Ähm... Ja, wie gesagt. Eine Säure-Waffe. Erinnert mich irgendwie an eine Shotgun. Hat auch zwei verschiedene Modi. Einmal so ein Ding, was ich gerade abgeschossen habe. Und dann der normale Schussmodus. Oh, danke Gott! Elowid war richtig! Ach, du Scheiße! Da ist Jen! Nein! Jägermeldung am Proteinverarbeitungszentrum. Da verstehe ich nichts. Zerlegung der menschlichen Genstruktur. Nein! Ich warne dich! Das werdet ihr nicht tun! Ich muss das irgendwie stoppen. Und zwar schnell. Spiel gespeichert. Alles klar. Ähm... Ist das die Frostkraft? Ja! Die Frostkraft! Davon habe ich anscheinend genug Munition. Oh, 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 oh. So wollen wir gar nicht erst anfangen, Freunde. Stirb! Ah, das sind Minen, ja. Und weg. Die detonieren also erst, wenn der Gegner da drauf tritt. Gut zu wissen. Und was bitteschön ist das jetzt? Ähm. Ah, verstehe. Jetzt wird so getauscht. Und wir sind drüben. Eine raffinierte Technik. Ich will die Feuerkraft. Die gefällt mir besser. Okay. Wir müssen entscheidend nochmal wechseln. So. Es gibt ein Rätsel im Spiel, das finde ich richtig cool. Aber das kommt erst so gegen Ende. Äh. Hört auf zu spawnen. Toll, das hab ich schon benutzt. Was steht hier? Jägermeldung an Observationsebene. Alles klar. Ich hab's langsam kapiert. Munition. Wofür das denn? Sie ruf mich. Ich muss sie retten. Oh nein. Oh nein. Ihhh. Wer hat denn an euch rumgefuscht? Obere Wartungskorridore. Südliche Station. Ich muss zu, Jen. Drohnen Wartungsportalstation. Hey, das sind diese fliegende Teile. Arbeite nicht daran. Arbeite nicht daran. Ihr seht hässlich aus. Geht doch nicht gleich so aggressiv. Mein Gott. Ah, wir können wieder an der Wand rumlassen. Ich liebe diese fucking Roboter. Weg mit dir. Darüber. Darüber. Hätte ich mir denken können. Mann, die Rätsel sind wirklich zu leicht. Komme ich hier jetzt weiter? Oh, wow, 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 fucking hell. Was ist das denn? Ach, du Scheiße. Was war das bitte für ein fettes Vieh? Sah aus wie frisch aus Jurassic Park. Wow. Au. Na toll. Okay, ich will da hoch. Genau so. Jetzt habe ich die Munition schon mal. Ich weiß nicht genau, wo ich hier hin muss. Mal gucken. Okay, ich glaube, ich weiß es doch. Ich muss hier durch. Irgendwie. Und da. Da muss ich hin. Muss ich da aber nicht irgendwo vorher noch was ausschalten? Irgendwo? Ähm. Einfach mal ein bisschen rumballern. Irgendwo finde ich schon was. Ah. Was ist hier? Ich habe es gefunden, glaube ich. Portal. Ey, wo ist denn das Portal? Da. Hui. Weg da. Wieso entwischt der mich immer? Hier runter? Oh mein Gott. Du willst doch nicht ernsthaft, dass ich da rausgehe? Oh oh. Im nächsten Video schauen wir uns mehr davon an. Ja.